Hallo, hier spricht Peter. Wir haben es jetzt ungefähr 20 nach 11, also 23,20 oder sogar 23,30 schon. Und ich bin hier in der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz und hier feiert die eträische Gemeinde, eine Mariengemeinde, heute den Geburtstag Marias. Heute ist der 26. Januar 2019 und die Kirche ist voll. Ich habe so knapp 250, 300 Menschen gezählt. Frauen tragen Kopftuch und die Männer sitzen alle hier eher weiter hinten. König wurde auch gesungen und wie gesagt, die Herz-Jesu-Kirche ist recht gut gefüllt, wie ihr seht, weil viele Menschen aus Eritrea eben heute hier in der Herz-Jesu-Kirche in Koblenz ein Marienfest, also einen Mariengeburtstagfeind, den Marien-Maria-Geburtstag, seine christliche Gemeinde eben aus Eritrea, die heute hier in Koblenz halt in der Herz-Jesu-Kirche feiert. Daher alles Gute und bis später. Es grüßt Peter für BAU-TV. Ciao. Ciao.